WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir haben siebte Mal Kartoffel gesetzt und wir haben was auf dem Platz. Das war früher schon so und im Kreuzacker haben wir jetzt drei gemacht. Das ist so eine Modisierung, bevor wir wieder Kartoffel setzen. Karoliner Hefkopf, wir müssen Klamm drüber sehen. Komm her, Klamm drüber. Das hat alles eine Länge. So rüber. Ja. Im Hinblick muss er ja wieder zurückkommen. Ja, ja. Steine diese Leckerheit. Sie werden eh noch festgetreten, Alexander. Weiter machen. Nicht entmutigen lassen. Weiter. ... ... Vielen Dank.